Traumagiel ist ein Pokémon mit dem Typ Geist, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Traumfugiel. Traumagiel ist ein mittelgroßes Geister-Pokémon, das aufgrund des auf dem Kopf sitzenden wie ein spitzer, ausgefranster Hut mit breiter Krempe aussehenden Körperteil zu einer Hexe ändert. Dieser Hut stellt sein optisch-charakteristisches Merkmal dar. Die Hauptfarbe des Pokémon ist Dila, zudem weiß das rosafarbene Verzierungen auf. In der shiny Form ist es hauptsächlich gelb-grün gefärbt und zeigt knallig-gelbe Verzierungen. Sein Körper besteht nur aus einem wenigen Kleid-ähnlichen Stoffhälzen, von dem vorne zwei längliche Bänder hinabhängen. Kurz unterhalb des Halse sind auf dem Kleid drei ovale Edelsteine bzw. Perlen zu sehen, welche leicht rötig sind und Traumagiel hat zwei auffällig gelbe Augen mit roten Iriden. Dabei nutzt es vor allem starke Attacken wie Zauberblatt, Juwelenkraft, Phantomkraft oder Magieflamme und besitzt die Fähigkeit Schwebe, wodurch es immun gegen Bodenattacken wird. Traumagie bevorzugt für gewöhnlich verlassen Orte wie Ruinen, alte Museen oder Villen als Lebensraum. Sie können nur für Menschen und für Pokémon gute und böse Pokémon sein. Meistens ist das Pokémon damit beschäftigt, schreckliche Bandsprüche und Flüche auszusprechen oder bizarre und furchteinflößende Visionen zu erstellen. Sein Ruf, welcher gruseligen Beschwörungen ähnelt, verursacht Halluzinationen und starke Kopfschmerzen. Darüber hinaus kann seine Opfer in einen tiefen Schlaf versetzen, wenn sie somit in eine wirre Traumwelt schicken. Daher wird es als Unheilbringer gefürchtet. Seine Bandsprüche können allerdings auch zum Glück verhelfen. So, mancher Mensch begibt sich verzweifelt auf die Suche nach einem Traumagiel, damit dieses ihm Liebeswünsche erfüllen kann. Dieses wird es ihm aber nur erfüllen, wenn es das will. Traumagiel hält sich nicht lange im Blickfeld von Menschen auf, die verschwinden oft genauso schnell, wie sie erschienen sind. Dabei ist es der zweite Teil der zweischufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich durch einen finster Stein aus Traumfugil. Es verfügt nach der Entwicklung nicht mehr über haarähnliche Strukturen auf dem Kopf, sondern über eine Art Hexenthut. Zudem ist der untere Teil des Körpers mehr in der Länge gezogen und erinnert an ein Kleid. Die Perlenkette, die Traumfugil um seinen Hals trägt, zeigt sich nur noch in Form von drei Perlen auf dem Kleid. Außerdem ändert sich die Grundfarbe des Pokémon von blau zu violett und es erhält ein schaurigeres und böseres Aussehen. Und mit diesem Typen nimmt das oder ist das Immun gegen Normal-Kampf- und Boden-Attacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Käfer-Attacken, doppelten Schaden gegen Geist- und Unnicht-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.